Die richtige Zahnpflege beginnt bei der Fütterung. Dazu wird oft argumentiert, dass sich beim Verfüttern von Trockenfutter angeblich weniger Zahnstein bilden soll. Tatsächlich aber zerbröselt normales Trockenfutter, sobald der Hund auf die Kroketten beißt. Die Krümel sind nicht in der Lage, Plack abzutragen, geschweige denn, Zahnstein abzusprengen. Es gibt allerdings spezielle Trockenfutter, deren Kroketten beim Draufbeißen so zerbrechen, dass sie durch ihre Größe, Oberflächentextur und Form Plack und Zahnsteine sanft entfernen. Darüber hinaus enthalten sie Inhaltsstoffe, die die Zahnsteinbildung hemmen.